Paramount Plus bereichert ab dem 8. Dezember nun auch den deutschen Streaming-Markt. Grund genug für uns, dem Dienst einen Beitrag zu widmen, in dem die wichtigsten Fragen für alle geklärt werden. Lohnt es sich ein Abo abzuschließen und mit welchen Filmen und Serien startet man am besten? Das klären wir hier in diesem Video. Beginnen wir mit den grundlegenden Fragen. Zum Beispiel ab wann gibt es Paramount Plus denn überhaupt in Deutschland? Ab dem 8. Dezember 2022. Dabei kann man das Angebot im Rahmen des Sky Cinema Pakets sogar kostenlos nutzen. Ansonsten kann man auch separat oder als Channel bei Amazon Prime Video buchen. Für letzte Option gibt es allerdings noch kein exaktes Datum. Über welche Geräte lässt sich der Streaming-Dienst empfangen? Film und Serien lassen sich über die SkyQ App abrufen, die für zahlreiche Streaming-Sticks, Smart-TV und Streaming-Boxen erhältlich ist. Außerdem lässt sich die separate App auf den Geräten installieren. Und was kostet Paramount Plus im Monat? Paramount Plus kostet 7,99 Euro im Monat oder 79,99 Euro für ein Jahr und ist monatlich kündbar. Wie oben geschrieben, ist für SkyQ Abonnenten mit Cinema Paket der Dienst inklusive. Gibt es ein Probeabo? Ja, eine Gratis-Testwoche ist möglich. Aber welche Filme und Serien hat Paramount Plus zum Starten überhaupt im Programm? Paramount ist ein alteingesessenes, traditionsreiche Studio in Hollywood, das zahlreiche legendäre Filme hervorgebracht hat. Längst sind jedoch auch Serien ein wichtiger Teil des Geschäfts und so ist auch der Schritt in den Streaming-Bereich eine logische Konsequenz. Bereits zum Start gibt es Deutschland-Premieren und einige spannende Katalog-Titel. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten davon. Zu einigen Start-Titeln werden wir pünktlich zum Start auch einzelne Artikel veröffentlichen. Darüber hinaus bietet der neue Player auf dem Streaming-Markt aber doch noch reichlich weitere sehenswerte Serien. Hier sind drei davon, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Let the Right One In. Die zwölfjährige Eleanor muss nach ihrer Verwandlung in einen Vampir ein abgeschottetes Leben fristen. Ihr Vater Mark gibt sein Bestes, um sie mit menschlichem Blut zu versorgen, das sie so dringend zum Überleben braucht. Let the Right One In stellt die Erwartungen an das Genre auf den Kopf und wirft einen naturalistischen Blick auf menschliche Schwäche, Stärke und Mitgefühl. Die Neuinterpretation des Vampirfilms überzeugt mit einem spannenden Cast und neuen Ansätzen im Vergleich mit den vorherigen Adaptionen. Am 29. Dezember geht es mit zwei Folgen los und danach im Wochentakt weiter. Evil Im Mittelpunkt von Evil steht ein skeptischer, klinischer Psychologe, der zusammen mit einem Priester in Ausbildung und einem Bauarbeiter vermeintliche Wunder, dämonische Besessenheiten und andere außergewöhnliche Ereignisse untersucht. Die Serie, für die die Macher von The Good Y verantwortlich sind, hat inzwischen schon ihre dritte Staffel spendiert bekommen und peu a peu eine große Fanbase generiert. Freunde von Stoffen wie Fringe oder Acte X haben hier endlich adäquaten Ersatz bekommen. Eine Mystery-Serie mit Spektakel-Garantie. Zum Start am 8. Dezember gibt es zwei, danach im Wochenrhythmus die weiteren Folgen. Yellow Jackets Yellow Jackets ist eine fesselnde Mischung aus Survival-Epos, psychologischer Horrorgeschichte und Coming-of-Age-Drama. Erzählt die Geschichte eines Teams talentierter Highschool-Fußballerinnen, die einen Flugzeugabsturz in der abgelegenen Wildnis überleben. Dort werden sie mit den dunkelsten Abgründen konfrontiert, mit denen sie noch Jahre später ringen. Die erste Staffel war im vergangenen Winter ein Überraschungssit und hat über Wochen zu Spekulationen im Netz geführt. Die Dreharbeiten der zweiten Staffel verzögern sich etwas, doch im kommenden Frühjahr werden Fans nun endlich Antworten auf viele offene Fragen der ersten Staffel bekommen. Und mit Sicherheit auch auf dem ein oder anderen Twist kalt erwischt werden. Die erste Staffel zum Auffrischen gibt es in Gänze zum Start am 8. Dezember. Und hier noch weitere Serien kompakt. Star Trek Strange New Worlds Es geht zurück in die Zeit, in der Captain Christopher Pike das Ruder der USS Enterprise führte. In der Serie gibt es ein Wiedersehen mit den Fan-Lieblingen aus Discovery. Anson Maud als Captain Christopher Pike, Rebecca Romgen als Nummer 1 und Ethan Peck als Wissenschaftsoffizier Spock. 8. Dezember mit je zwei Folgen pro Woche. 18.33 Ursprungsgeschichte zu Yellowstone 8. Dezember komplette erste Staffel mit zehn Folgen. Major of Kingstown Gangster-Serie mit Jeremy Renner und Hugh Dillon 8. Dezember komplette erste Staffel mit zehn Folgen. Halo, Computerspiel-Adaption, die einen epischen Konflikt im 26. Jahrhundert zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Bedrohung erzählt, verbindet tiefgreifende persönliche Geschichten mit Action, Abenteuer und einer facettenreichen Zukunftsvision. 8. Dezember komplette erste Staffel mit 19 Folgen, zweite Staffel schon bestellt. Der Scheich. Die Tragekomödie erzählt die unglaubliche, auf wahren Lügen basierende Geschichte einer beispielslosen Hochstapelei. Ringo, ein unterschätzter, einfacher Familienvater und Ehemann aus einer mafiösen Kleinstadt im Schwarzwald, betritt als arabischer Trauminvestor in Zürich das Parkett einer raffgierigen Finanzwelt, bringt diese an den Rand des Zusammenbruchs und löst nahezu eine Staatskrise aus. 22. Dezember, komplette erste Staffel mit zehn Folgen. From. Horror-Serie über eine geheimnisvolle Stadt, die jeden gefangen hält, der sie betritt. Bedroht von umliegenden Wäldern kämpfen die Bewohner um ein Gefühl der Normalität und einen Ausweg aus ihrem Gefängnis zu finden. 8. Dezember, komplette erste Staffel mit zehn Folgen. The Man Who Fell to Earth. Chiwetel Ejiofor, ein Außerirdischer, der an einem Wendepunkt der menschlichen Evolution auf die Erde ankommt und sich seiner eigenen Vergangenheit stellen muss, um unsere Zukunft zu bestimmen. 14. Dezember, mit je zwei Folgen pro Woche. Billy the Kid. Michael Hursts Abenteuerserie erzählt die Lebensgeschichte von Billy the Kid, seinen einfachen irischen Wurzeln und seine Anfänge als Cowboy und Revolverheld im amerikanischen Grenzgebiet bis über zu seiner entscheidenden Rolle im Lincoln Country Wars hinaus. 22. Dezember, komplette Staffel mit acht Folgen. Players. Komödiantische Doku-Serie, die ein fiktives Profi-League-of-Legends-E-Sports-Team auf seinem Weg zur ersten Meisterschaft begleitet, nachdem es jahrelang knapp an der Meisterschaft vorbeigeschrammt ist. 23. Dezember, komplette erste Staffel mit zehn Folgen. Unsere Top 3 Filme zum Start auf Paramount+. Zwar hat Paramount+, noch nicht ganz so viele Filme wie Serien im Programm, aber einige davon konnten trotzdem schon den Anspruch, auch hier künftig ein Wörtchen im Konkurrenzkampf der Dienste mitreden zu wollen, unterstreichen. Neben den drei ausgewählten Produktionen kann man auch als Doku-Fan schon einige sehr hochwertige Titel streamen, unter anderem eine Musikdoku über den Popstar Billie Eilish und ein Talk-Format mit Oprah Winfrey. Nach den Tipps folgt dann noch ein kleiner Ausblick auf die kommenden Prestige-Projekte aus dem Filmbereich. Top Gun Maverick. Die Fortsetzung des Kultfilms hat in diesem Jahr im Kino einige Rekorde brechen können und war für das Studio ein Sensationserfolg. Nun kann man den Film entweder direkt nochmal im Abo zum zweiten oder dritten oder fünften Mal sichten und falls man den Kinobesuch gemieden hat, die Jets nun erstmal durchs heimische Wohnzimmer jagen lassen. Sonic the Hedgehog 2. Der beliebteste blaue Igel der Welt ist wieder da und mit ihm Dr. Robotnik. Dieses Mal mit Hilfe von Knuckles auf der Suche nach einem mächtigen Smaragd. Sonic macht sich zusammen mit seinem neuen Kumpel Tails auf die Reise, um Dr. Robotniks Pläne zu stoppen, bevor es zu spät ist. Ein rasanter Spaß mit Jim Carrey und James Marsden. Rumble. In einer Welt, in der Monster Wrestling ein globaler Sport ist und Monster Superstar Athleten sind, versucht Teenager Winnie in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, indem sie ein liebenswertes Außenseitermonster zu einem Champion trainiert. Kommen wir nun zum versprochenen Ausblick. Dieses Yellowstone-Verse hier künftig noch mehr Einblick in die Geschichte der Dappen-Dynastie, denn neben der bald hier startenden fünften Staffel der Hauptreihe sind auch schon eine zweite Staffel 1883 und der Spin-Off 1923 mit Helen Mirren und Harrison Ford und der Texas-Ableger 6666 in der Mache. Und die zweite große Marke Star Trek wird in den kommenden Jahren auch hier auf vielfältige Weise bespielt werden. Unendliche Weiten und der Wilde Westen. Bei Paramount Plus werden viele Sphären abgedeckt. Fazit. Lohnt sich Paramount Plus? Und wenn ja, für wen? Zusammen mit den hier aufgelisteten Titeln werden auch Serienklassiker, Zeichentrick und Kinderprogramme und Filme aus der reichhaltigen Geschichte des Studios geben. Dementsprechend kommt jeder Filmfan hier auf seine Kosten, egal wo die persönlichen Vorlieben liegen. Ein Probeabo lohnt und auch ein, zwei Monate lang ins Programm einzusteigen, einige Titel neu und wieder zu entdecken und dann jederzeit entscheiden zu können, ob man noch an Bord bleiben möchte, ist sicher keine schlechte Entscheidung. Wir behalten auf jeden Fall auch diesen Dienst und die Exklusiv-Titel im Auge und sind gespannt, was in den nächsten Jahren auf Basis der bekannten Marken wie Yellowstone und Star Trek oder an autarken Titeln erscheint. Untertitelung des ZDF für funk, 2017